Klasse, ich würde schon sagen, wir kennen uns mittlerweile richtig gut, oder? Ja. Deswegen würde ich sagen, die nächste Handicap-Runde spielen wir einfach mal mit folgender Voraussetzung. Du hast es, wenn Menschen dir zu nahe kommen. Richtig? Ja, richtig. Und es hassen auch Menschen, wenn du ihnen zu nahe kommst, glaube ich. Und ich glaube, es könnte eine schöne Fragerunde werden, wenn du dich heute einmal so ganz innen rengen musst dabei. Du bist so ein Schwein, ey. In welcher Stadt sitzt du? Ist Deutschland eine Bundeszentrale für politische Bildung? Ich bin die März auf unserer versteckten Kamera. Sag doch mal, wie heißt das? Was ist los mit dem? Bist du auf Drogen, oder was? Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich dir eine Frage stellen? Ja? Ist Deutschland in der NATO? Sag mal, ist Deutschland in der NATO? Nein. Sicher. In welcher Stadt ist denn die Bundeszentrale für politische Bildung? Ah, was wollen Sie denn? In welcher Stadt ist denn die Bundeszentrale für politische Bildung? Warte mal. Ja? In welcher Stadt ist denn die? Sag mal bitte. Hier in Berlin vielleicht? Nee, das ist falsch. Was ist denn der Plural von versteckte Kamera? Was ist denn der Plural von versteckte Kamera? Sag doch bitte. Sag es doch bitte. Versteckte Kameras. Ja, richtig. Hier, 50 Euro. Viel Spaß. So, da ist übrigens die versteckte Kamera. So, da ist valores, wie ich doch. Auch in Berlin carpet往 als Einschicht. So, da ist die sword in der Haare geschichts As A樣 zu runder. So, da ist die Frau, wie ich das alleine mit ihr vor officers.